Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr diesen zur Zeit modernen Schnauzbart-Look selber mit Nagellack herstellen könnt. Und zwar braucht ihr dafür schwarzen Nagellack und ihr braucht dazu eine aufgebogene Haarklammer. Als erstes habe ich meinen Nagel mit weißem Nagellack grundiert, damit man das Ganze besser sieht. Dann habe ich den Nagellack geschüttelt und kann ihn aufmachen. So, nun nehme ich die aufgebogene Haarklammer und nutze ein Ende als Pinsel. Dann kann ich das hier schön eintauchen in die Farbe und mache auf meinem Nagel zwei Punkte, die nebeneinander liegen. So, wenn es zu viel Farbe ist, dann könnt ihr die einfach abstreifen. Jetzt nehme ich meinen Pinsel und mache hier diesen typischen Schnauzbart-Look. Wenn ihr ein bisschen Farbe braucht, tunkt einfach nach. So, und jetzt mache ich das Ganze auf der anderen Seite. Wir können natürlich auch vorher ein bisschen üben, dann klappt das noch besser. So, dann mache ich die Punkte etwas größer. Und habe hier mein Schnauzbart. So einfach und so schnell geht das. Also dann, viel Spaß! Jetzt reiterate das. Bis zum nächsten Mal.